Die meisten Menschen haben, glaube ich, Angst vor Fernbeziehungen, weil sie irgendwie sagen, wir sind nicht unter einem Dach, wir sind nicht zusammen, ich habe mich unter Kontrolle, was mein Partner so macht. Vertrauen ist, glaube ich, ein ganz großes Problem dabei. Das kann man aber alles in den Griff kriegen. Und ihr lernt in dieser Folge von Rolf, wie man dem wirklich etwas Positives abgewinnen kann. Wir werden feststellen, dass Fern- und Nahbeziehungen sehr viel gemeinsam haben. Aber es gibt eine Weltpremiere in dieser Folge. Denn es geht nicht nur um Psycho-Hacks, sondern um Psycho-Gadgets, um Gimmicks, die die Fernbeziehung schön machen. Und ihr werdet feststellen, dass Lampen als auch Spielzeuge eine Fernbeziehung zu einem echten Glücksfeuerwerk werden lassen. Wie genau, erfahrt ihr in dieser Folge. Psycho-Hacks. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmiel.